Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier bin ich mal wieder, euer Michael. Ich wollte mich nach längerer Zeit wieder mal melden, aber mit einem Thema, das leider nicht für alle meiner Fans da draußen wichtig sein wird, aber für einige vielleicht auch doch. Und für die, die es nicht unbedingt betrifft, die können es als Aufklärungsvideo für die nächsten Wahlen sehen. Ich wollte heute mal ganz kurz etwas erzählen zu den anstehenden Betriebsratswahlen in ganz vielen Betrieben. Da wird nämlich nach bestimmten Wahlverfahren gearbeitet bzw. gewählt. Leider wird im Vorfeld der mündige Wähler nicht immer, ich sag jetzt mal, in die Feinheiten des Wahlsystems eingeführt oder es wird nicht erklärt. Und dieses kleine Manko möchte ich hier ausbessern. Es gibt zwei Wahlmöglichkeiten prinzipiell. Die finden auch bei Landtagswahlen und Bundestagswahlen statt und so weiter. Das ist einmal die Verhältniswahl und Persönlichkeitswahl. Man sagt auch Listenwahl oder Friedenswahl. Die beiden Systeme unterscheiden sich gravierend. Und diesen Unterschied möchte ich euch ganz kurz näher bringen. Bei der Persönlichkeitswahl oder auch Friedenswahl manchmal genannt, ist es so, dass der mündige Wähler eine Liste hat, auf denen sämtliche Kandidaten stehen. Manchmal in alphabetischer Reihenfolge, manchmal nicht. Das ist aber letztendlich egal. Und man wählt letztendlich, wie der Name es schon sagt, die Persönlichkeit. Also den Menschen, der da drauf steht, auf der Liste. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob der auf Platz 1, 20, 30 oder 576 steht. Ihr gebt praktisch dieser Person das Kreuz. Hat man in der Wahl mehrere Stimmen, wie zum Beispiel bei Betriebsratswahlen, kann man mehrere Stimmen vergeben, kann man mehreren Personen sein Kreuz geben. Muss man aber nicht. Man kann auch nur sagen, Mensch, ich wähle den Paul, weil genau dieser Paul ist der, wo ich glaube, der kann mich am besten vertreten und gibt dem meine Stimme. Das ist eine sogenannte Persönlichkeitswahl oder Friedenswahl. Dieses Wahlsystem findet aber nur dann statt, und der Name Friedenswahl sagt es schon, wenn zu einem bestimmten Stichtag keine zweite Wahlliste existiert. Sobald eine zweite oder dritte, vierte Wahlliste existiert, kann man keine Persönlichkeitswahl mehr machen. Das lässt das Wahlrecht nicht zu, sondern man hat dann eine Listenwahl oder Verhältniswahl. Und damit ändert sich auch das komplette Zählsystem und das Auswerten der Stimmen. Ihr habt nämlich nicht mehr explizit eine Stimme oder mehrere Stimmen, die ihr Personen gebt, sondern ihr habt nur noch eine, ich betone, eine einzige Stimme. Und diese eine Stimme müsst ihr, könnt ihr, sollt ihr, weil ich finde, wählen gehen sollte jeder. Das ist ein demokratisches Recht, von dem wir Gott sei Dank Gebrauch machen sollten. Also ihr habt nur eine einzige Stimme und die gebt ihr einer Liste. Denn Liste 1, 2, 3, wie viele Listen auch bei der Wahl dann existieren. Ihr gebt dieser Liste eure Stimme. So, jetzt fragt ihr euch natürlich mit Recht, haha, wie läuft das denn dann mit den Personen? Zumal auch entsprechend Werbung im Vorfeld betrieben wird. Da werden Wählerlisten ausgehangen, man sieht Leute, die einen anlächeln und so weiter. Es kann aber dann Folgendes passieren, dass wenn ihr auf einem so einem Wahlplakat Menschen seht, wo ihr sagt, boah, den finde ich toll und sympathisch. Und ihr wählt dann nicht diese Person, sondern diese Liste, weil ihr könnt nicht den Paul wählen, sondern ihr müsst die Liste wählen, auf denen der Paul steht. Dann müsst ihr euch bitte im Vorfeld informieren, welchen Listenplatz hat denn dieser Paul? Wenn die Leute, die sich wählen lassen wollen, beziehungsweise die Liste, die sich wählen lassen will, pfiffig war, dann stehen auf dem Wahlplakat die Listennummern. Das heißt, ihr könnt sehen, aha, beim Paul steht die 5. Warum das so wichtig ist, erzähle ich euch gleich. Oder die 6 oder die 1 oder die 2. Stehen da keine Nummern auf dem Plakat? Ist das blöd? Weil ihr müsstet nachfragen. Ihr müsstet nachfragen, halt, stopp. Ich finde den und den ganz gut. Mich interessiert aber der Listenplatz, weil der ausschlaggebend ist für das spätere Auszählen. Was passiert nämlich? Ihr gebt einer Liste eure Stimme. Dann wird am Ende des Wahltages gezählt, welche Liste hat wie viel Stimmen gekriegt. Liste 1 hat 1000 gekriegt. Liste 2 hat gekriegt 500. Als Beispiel jetzt mal. So. Und dann geht es los. Dann wird nämlich folgendes gemacht. Die Liste 1 mit den 1000 Stimmen und der Listenplatz, also die Person, die die Ziffer 1 hat, das ist der sogenannte Teiler. Das heißt, die 1000 Stimmen der Liste werden durch 1 geteilt. 1000 durch 1, das kriege ich noch hin. Das ist 1000. Und diese 1000 Stimmen kriegt der nette Herr, die nette Dame, wer auch immer da steht, auf Listenplatz 1, kriegt 1000 Stimmen. Wer steht an Listenplatz 2? Unser Paul. Unser Paul würde dann kriegen, wenn er auf der Liste steht mit 1000 Stimmen, 1000 durch 2. Listenplatz 2, 1000 durch 2, 500 Stimmen. Listenplatz 3, geteilt durch 3, 333 Stimmen. Listenplatz 10, 100 Stimmen. Also der Typ, der auf 10 steht, kriegt 100 Stimmen. Das Ganze wird analog mit der anderen Liste gemacht. Wenn die 500 hat, kriegt der an 1 500, 500 durch 1. Der an 2 500 durch 2. Der an 3 500 durch 3. Und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages hat dann jeder Listenplatz seine Stimmen bekommen, die dann rechnerisch ermittelt worden sind. So und dann wird geguckt, wie viele Personen durften, aus wie vielen Personen müssen denn gewählt werden. Beim Betriebsrat bei Bayer in Berchkamen sind es 17. Das heißt, die 17 Personen, unabhängig auf welche Liste die stehen, mit den meisten Stimmen, sind dann gewählt. Und ihr seht jetzt sofort, ihr seid ja jetzt pfiffig, welchen Vorteil die Listenwahl bringt, dass nämlich die Listenführer und die mit einem hohen Listenplatz eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, viele Stimmen zu kriegen, weil der Teiler klein ist. Leider ist es so, dass in Berchkamen, ihr nicht erkennen könnt, auf der Liste 2, wer welche Ziffer hat. Ihr wüsst nicht, ob euer Favorit gewählt wird. Ihr müsstet nachfragen. Es stellt sich natürlich die Frage, ist das vielleicht mit Absicht gemacht worden? Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt an dieser Stelle auch meine Meinung dazu sagen, tue ich aber nicht. Weil, wer ein bisschen logisch nachdenkt, wird vermutlich die Antwort parat haben. Ich habe nur eine einzige Bitte zum Schluss bei euch. Denkt darüber nach, geht auf jeden Fall wählen und schaut euch an, wo stehen welche Leute auf der Liste und an welchem Platz stehen die. Und sind diese Leute kompetent und können für euch was bewegen? Haben die Kontakte, können was in Berchkamen bewegen, können aber auch was bei Bayer bewegen, in Deutschland bewegen und so weiter. Und zu guter Letzt, ja, ich möchte auch wieder gewählt werden. Ja, ich stehe auf Liste 1. Und ja, ich stehe auf Listenplatz 10. Das heißt, ich hoffe, dass Liste 1 viele, viele Stimmen kriegt, damit dann das Ergebnis dieser Liste durch 10 geteilt wird und dann so viele Stimmen überbleiben für mich, dass ich dann unter die besten 17 gehöre. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Für all diejenigen, die das jetzt uninteressant fanden, tut mir leid, aber ihr könnt das mitnehmen. Das ist das Wahlsystem und das Auszählungssystem Listenwahl nach Dehont. So heißt der gute Mann. Ich glaube, das war ein Franzose. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Und nach diesem Verfahren wird dann ausgezählt. Betrachtet es als Wahlaufklärung allgemein, wenn demnächst mal wieder Wahlen sind, wo ihr Listen wählt. Guckt euch nämlich an, wo ist der Typ, die nette Dame, die gutaussehende Frau oder euer Schlumpi, auf welchem Listenplatz. Und dann wüsst ihr, was das wahltechnisch heißt, nämlich das Zählsystem nach Dehont. Ich bedanke mich recht herzlich. Hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Und bitte geht vom 15. bis 17. wählen. Danke. Tschüss.